schlagt sie zurück zu euren diensten alles klar die rune ruft wird sofort ausgeführt zu ehre aronius haltet durch männer meister das gebäude ist fertig bin schon da jetzt brauchen wir hier unten und wir brauchen ein mittleres haupt haus das sollten wir hierhin kriegen ich hoffe mal dass die ganzen ausbildungsgebäude die wir brauchen dort platz gerne wie kann ich dienen ja meister ich finde schade dass ich hier nicht noch einen turm hinquetschen konnte was wünscht ihr ohne weg aber ja das hier sollte an türmen reichen für hier oben erst einmal meister ich gehorche meister problem ist hier können wir aus zwei richtungen angegriffen werden hier nur aus einer richtung irgendwann müssen wir um halt nach da oben schicken und hier unten nur mit unserem avatar und den fledermäusen verteidigen erst mal dank ja sofort die rune ruft die rune befehlt wird sofort ausgeführt auf dem weg für die rune wünscht die rune hier sofort zum angreif gerade das spiel gerade kurz mal schluck auf auch nicht so schön die rune so befehlt achtung meister das gebäude ist fertig hier sofort hier bin ich meister ja quetschen wir da auf jeden fall einen hin das gebäude was wünscht die rune verstärkt die deckung zum sofort ausgeführt der die 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 der 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 das der ja meister so hier haben wir das gebaut ja stimmt ich muss hier auch noch schmied und schmelze das gebäude ist fertig mine und schmelze wie kann ich dienen verstanden meister warum bin ich unbedingt alles was ihr wünscht ihr errichtet mir jetzt eine schmiede alles was ihr wünscht bin schon da ja die rune ruft auf dem weg gut hier bin ich meister ich habe vergessen die schmelze ist ein riesen teil danke hier bin das gebäude ist fertig man hat doch nie seine ruhe gerade die rune ruft wird sofort ausgeführt so könnt ihr mir jetzt bitte nein könnt ihr nicht weil oh er kommt an gerad sehr schön könnt ihr mir jetzt bitte den onyx turm errichten danke danke so ihr stellt schon mal das gerüst für die biene auf danke ich heile meister so und dann könnt ihr mir schwede wird errichtet jetzt fehlen noch die vier gebäude ich gehorche meister meister das gebäude ist fertig jetzt ist noch drei gebäude verstanden meister natürlich erst wenn die errichtet sind die rune wird sofort ausgeführt sie sind schon in der stadt schlagt sie zurück oh und ich habe ja die nahrung habe sogar schon ziemlich viel nahrung das heißt ich kann um ich kann um sowieso schon mal hier hochschicken ich bin auf jeden Fall schon mal stark genug um mich mit einzelnen dölfen alleine anzulegen die rune befiehlt zu befehlen so schattentämpfe fehlt uns noch meist das geräusche meister und ein arcanum das ist leicht so damit wäre schon mal unsere basis aufgebaut halt mal still halt doch still ja 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 dieses mal haben wir es auf jeden fall besser untergekriegt alles als das letzte mal zu befehl unverzüglich verstärkt die deckung zu euren alles klar ich finde es echt lustig die hexer doppelgemoppel feindlicher angriff halte durch männer komm zu rump komm Achtung oh wir sind hier fertig gut das ist leicht das heißt ihr baut noch eure industrie auf eine pilzfarm hier hin noch gut ja was ich vorhin sagen wollte ich finde es ein bisschen merkwürdig für nekromanden brauchen wir ein unixum und eine schwarze schule für hexenmeister noch ein arcanum dazu die forschung für die hexenmeister ist in der schwarzen schule und die forschung für die nekromanden ist im arcanum Meister das gebäude ist fertig Noah macht uns stärker Meister gut sagen wir so die forschung Noah macht uns stärker Meister für die nekromanden ist auch ein bisschen mächtig so jetzt kommt Eisen rein oh du gehst oben lang feindlicher anfeindlicher angriff ich glaube jetzt hat es sich mit dem Speeren jetzt kommen die ersten angriffswellen auch wenn es kleine sind schlagt sie zurück gut Noah macht uns stärker Meister Will ich die hexenmeisterforschung haben Das ist eine gute Frage Irgendwann schuld Ja Aber für den Anfang will ich wahrscheinlich mit neklarer Gruppe aus nekromanden und todesrittern erst einmal das Lager da drüben aushebeln Ja Ja Das ist eine gute Idee Ja